Uuh, schön. Team Liga! Hm, nee, nee. Bann mal bitte Silvanus. Nö, ich will noch nicht bannen. Silvanus bannen. Silvanus. Bitte. Ja, würde ich auch sagen, Silvanus. Ich muss doch erstmal suchen, wenn man direkt extrem viel Druck ersetzt wird. Wieso? Du hast doch 30 Sekunden Zeit. Ja eben. Jetzt setzt sich keiner unter Druck. Silvanus. Silvanus, jetzt. Bitte. Ich wollte nur ein bisschen Nachdruck machen. Hier, Johanna oder so. Just kidding. Bann, Bann Healer, Bann Healer. Bann Lily. Ich könnte hier einen Healer machen. Wie wär's? Ja. Ähm. Ist eh meine schlechte Zeleurik-Cart. Kann mal überlegen. Hm. Sonst mach du mal Tyrande. Ich würde natürlich lieber Karasim nehmen. Aber first pick Malf trotzdem. Wir nehmen Tyrande als DD. First pick Malf. Also, Bernd. Bernd. Er macht's extra. Er macht's extra spannend. Leute, wir haben keinen Tank noch. Ja, vielleicht sollte, weiß ich nicht, der Beineberg Johanna machen. Ich weiß er nicht. Ich meine, ich könnte zur Note auch. Wenn der Beineberg jetzt sagt, ne, er will nicht. Kann Johanna machen, wenn ihr wollt. Dann logg ich dir aber jetzt direkt rein. Sonst wird er nämlich gebannt. Ja, die spielen Doppel-Tank mit Sicherheit, oder? Mit Morales und Arthas. Dann lass uns mal Johanna Tychus. Nicht Tychus. Wenn die Doppel-Tank spielen wollen, werden sie den zweiten natürlich reinloggen. Genau. Johanna. Ich hab eher Bedenken, dass sie selber Tychus nehmen. Aber okay. Dann machen wir's auch. Ja, dann kannst du ja Reyna nehmen. Ja. Schöner Johanna, und los. Ja. Wir freuen uns hier, um zu helfen. Gucken wir mal. Vielleicht wird er auch gebannt. Okay, du machst dann am besten da voll, wenn ich den Ring auf Frost gemacht hab, ne? Ja. Ja. Toll. Okay. Äh... ETC? Ich glaub nicht, dass sie ihn nehmen. Ich mit Illidan, oder äh, Graumäne. Dann mal Graumäne. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Ich tippe auf zweiter Tank und Tychus. Illidan. Ich tippe auf triple DD. Ich tippe auf triple DD. Ich tippe auf jeden Fall auf Valar. Ja. Walla kann auch kurz an. Walla vielleicht Lunara. Ja. Vielleicht wird's auch Gul'dan und Lunara. Hallo Triple DD? Jetzt bin ich mir richtig, ja. Tychus, siehste! Nimm Rainer. Oder Lunara. Also Feuer sehen wir. Nimm Rainer. Ah, in-tank, oder? Das ist auf jeden Fall zuerst auf Tychus. Ich nehme die auf Tracer. Ich glaube ein zweiter Tank. Ja, war klar. Morales braucht einen zweiten Tank. Und mit Tychus haben sie sich halt den Hardcounter selber ins Boot geholt. Ja, auf jeden Fall erst auf Tychus. Na, geslowt frisst du die auf mit dem Rainer. Und Jaina's load halt, ne? Na, das stimmt. Dann heißt es nur noch Bye-Bye Frontline. Ich kann auch gerne mal am Anfang hier mehr Slow-Skill. Nur dann werde ich am Anfang richtig Warnhaus-Probleme haben. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mich noch mal zurückporten. Ne, es geht so wie du meinst. Jetzt nicht wegen mir was anderes. Ne, ich bin dafür. Ich kann ja auch ein bisschen meine Rack machen, nicht vergessen. Ah, okay. Ja, das ist mit einer Trubi ja meint das gar nicht so schlecht. Ja. Ja, und Tyrande schön Eulen übrig. Muss auf jeden Fall mal mit mir mitlaufen. Na gut. Ich häng dir in den Eierstöcken. Brauche ich ich will mehr oder soll ich hier voll greedy Schützenkönig machen? Mach wieder mal. Schützenkönig. Wir haben ja zwei Supporte. Zwei. Zwei. Eins. Zeit denen, dass sie hier nur der Tod erwartet. Wo seid ihr denn also? Na, du wurdest geswitcht. Na, dann bin ich halt alle weggelaufen. Dann war fast so. Ja normal, wenn ich low bin. Und denkt dran, der Guldan hatte Questtalent. Ich hab grad nachgeguckt. Lasst euch nicht zu sehr von diesen Kugeln treffen. Und wenn die Kugeln euch treffen, nach vorne und auch nicht nach hinten. Zur Seite. Also weder nach vorne noch nach hinten. Ja, das ist zur Seite, wenn du kannst. Ich mach das wie im Cartoon. Ich lauf einfach wieder längst komplett einmal lang. Der Tychus hat das mit dem Blind auch noch gemacht. Mitte gehen. Vier Sekunden. Go, go. Mitte, Mitte. Und direkt Damage. Runter, runter, runter. Der Artanis hat auch Bonus Damage geskillt. An dem Auto. Brauchen wir nicht. Ja, ist auch der Debuff nicht gewesen. Ja. Ja, es wird knapp. Wir brauchen auf jeden Fall direkt wieder Debuff. Nachdem der den Kreis gemacht hat, aber Kai. In drei Sekunden. Ach, ich komme der. Ich komme der. Ja. das licht des kristallbogens wird ewig scheinen kommt rein, kommt rein, macht keinen Sinn wir marschieren gegen die Tore der Hölle sehr schön ein schönes Ruhtfeld und schön alles dass ich das noch erleben darf danke für den Hinweis gelade gegen Gefahr cap nobius das ist ich glaube diesmal müssen wir zuerst deathen vor allen Dingen gehts jetzt los mit meinen Mana Problemen lass erst nach dem Switch deathen ok aber jetzt ist er noch bei uns ja death erstmal death erstmal ja ok schick mal ne Heule klein jetzt pass mal zur Ruhe die sind ich glaube die machen ja Arschchen ne noch ne aber ich glaube jetzt die laufen zurück die wollen Arschetzen ja ja die anderen beiden machen das ja die anderen beiden machen das da kommst weg ich kann den Tag jetzt nur so phasenweise denken Arthas 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 sehr schönes dann sehr schönes Ruhtfeld ja ich mach damage gut 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 so wird's gemacht Unten das Camp müssen wir da. Ja. Ich mach, ich mach. Okay. Und der Rest, Damage hier bitte. Keine Mana mehr. Weg, 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 alle weglaufen. Ja. Ich hab zurückporten. Mali hat den Express genommen. Ne, Kai hat den Express genommen. Ja. Keine Mana mehr. Einer bitte runter, soak, der Rest geht top. Bernd, gehst du hoch? Ja. 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 Ich glaube irgendwie auf mich gecharged. Äh, während hast du einen Buff? Mana? Weiter Damage, runter. Oh, 4 Ulti von Gul'dan. Noch ein Starfall, wieder ready? Nein. 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 Kannst du auch irgendwo Ulti? Okay, okay, nach rechts weg. Komm, die haben wir diese Low, die sind Low. Die Morte Damage, woher? Komm, 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 die machen auch Damage. Wir brauchen alles. Wir brauchen die Morte. Zurück, weil ich muss mich auf jeden Fall hier mal aufladen. Ja, ich hab's mal versucht. Ja, ich wäre auch eigentlich wissig, aber... Ich dachte, es wäre noch irgendeiner da. Nee, das habe ich ja vorher auch schon gedacht. Jawohl, willst du dich verarschen, Chimo? Ja, du warst ja da. Ja, du warst ja da. Ja. Ich war auch noch da. Ich hab meine letzten Fetzen meiner ausgehauen, bin ich. Was soll's. Alles gut. Wollt ihr da noch hin? Hat eigentlich keinen Sinn da noch. Ja. Du warst direkt hier runter, wegen Camskin. Ja, ganz easy. Genau. Wir könnten versuchen, die an dem Hardcam zu engagen, wenn... Ja, cool. Die werden die Hardcam da jetzt mal nicht schnappen, oder? Ich glaub schon. Die haben keine Timings drauf. Schick doch mal ne Heule. Siehste? Hab ich ja gesagt. Hoch, easy. Und dann Hardcamp defen. Leute, die keine Timings drauf haben, die machen das Hardcamp immer nach dem Immortal Dreck. Ich wacke den Slow, alter. Ja. Kommt die noch weg? Ich hoffe, dass sie nicht wegkommt. Aber knapp mit der Heule. Pushen. Das hab ich gebraucht. Das hab ich gebraucht. Ich geh defen. Ihr geht unseres machen. Ja. Und dann defen wir erstmal. Und dann defen wir erstmal unseren. Und dann defen wir erstmal unseren. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Sehr, sehr gut. Guldan unten. Oh, ich komm nicht weg. Ah, der kommt weg. Okay. Ah, der Teichis kommt auch weg. Oh, gut. Ah, gut. Guldan noch tot. Hatte den Laser drauf. Es braucht einen Heels. Und Mana. Hab ich immer auch Guldan. Na, aber siehst du? Es ist echt kass mit Jaina, wenn ich keinen Mana abfülle. Ja, klar. Ist kacke. Das ist bei Lily und fast allen Helden so dieses Talent da. Kügelchen. Sehr schön. Jetzt pushen wir alle. Keiner geht hoch. Wir pushen alle Bot. Kip muss auf jeden Fall fallen hier. Jedes Mal der Arthas ruht, ey. Ich hab keine Mana. Alles gut. Sehr nice. Jetzt hatte ich wirklich null Mana. Ja auch, und? Ich bin ja auch nicht dabei. Egal, pushy, pushy. Nee, ich mach jetzt auch da wirklich vor Mana. Ja. Ja. Wäre nicht das erste Mal, dass ich das sehe. Aber gut, wir sind ja auch nicht in der Hälfte. Naja, aber nicht vor mir. Ben. Kur, kur, kur. Kur. Kur, kur, trotzdem kur. Weiter kur. Kur, kur, trotzdem kur. Weiter kur. Wir stehen in der Konstellation. Ja, ich finde, ich sollte auch eine Migräne immer haben, wenn ich spiele. Boah, ich bin froh, dass ich schon lange keiner mehr hatte. Ja, behält sich noch zurück, ist aber rechts am Rand ganz schön gut da. Nimmst du da auch Tryptane oder das Standardzeug? Nara Tryptane. Das richtig stark, wo du nur zwei Tabletten kriegst. Ja, Almotryptane oder was? Nee, Nara Tryptane ist das bei mir. Keine Ahnung.